Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Multiplayer von Mass Effect 3. Und wir sehen, wie wir sehen, ist das Team ziemlich geschrumpft, da ist jemand bereit, aber wir sind auch bereit, dann gehen wir eben zu zweit mal dort rein. Ja, auf die gleiche Map, mit der wir die letzte Folge beendet haben. Da sind wir. Wir haben eine wichtige Ressource gefunden. Der Bereich wird nicht kontrolliert. Übernehmen Sie ihn. Bestätige. Bereich wird nicht kontrolliert? Jetzt echt? Hier ist nichts los, sagt er. Gar nichts. Unser Bereich jetzt. Jetzt kommt eine Welle. Schützen! Wo? Hab sie entdeckt? Wo? Ach, da sind noch Leute hinzugekommen. Gute Arbeit. Von allen. Gesichert. Feind immer noch aktiv. Wachsam bleiben. Feinde im Anmarsch. Centurio! Ich bin hier unten. Alles gesichert. Gute Arbeit. Beihau. T-Stats. Alles gesichert. Gute Arbeit. Oh nein, dieser Nebel! Sie stufen sie als verbündet ein. Zeigen sie in der Leer, damit sie sich weiter bewegt. Setze Elektroschockwaffen ein. Aber nicht gegen mich, ja? Die Hälfte ist geschafft. Ich bin getroffen! Teamwork-System aktiviert. Nicht anhalten, sie schaffen es. Zusätzlich universalverzeugung, die Bewegungsenergie erhöhen. Kurse Übertragung und durchgeführt. Wir haben einen Sieger. Gute Arbeit, Team. Eine andere Map wäre, glaube ich, mal... Mission erfüllt. Ganz gut. Der Feind sammelt sich. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Also die nächste Runde dann. Feinde im Anmarsch! Gang! Ja! Ach! ach! Oh! 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 Feinde ausgeschaltet. Gut geschossen. Feind immer noch aktiv. Wachsam bleiben. Feind nähert sich. Ziemlich gute Arbeit da unten. Och. Los ging er schnell. Feindliche Kraft haben nur noch halbe Truppenstärke. Wir haben Glück. Wichtiges feindliches Personal in Ihrem Gebiet. Ziele ausfindig machen und ausschalten. Gute Arbeit. Ziel offline. Wir haben ein neues strategisches Ziel auf dem Feld. winning ein neues Prioritätsziel auf dem Feld. Oh! Fuck! Oh! Schalten Sie es aus! Ziele hoch, bringen wir es zu Ende. Ziel immer noch aktiv. Beeilung. Ziele hoch, bringen wir es zu Ende. welle 7 ich sag mal so fünf wellen das wäre doch auch in ordnung oder ja ich weiß ich weiß es macht ja spaß das war der freund sammelt sich freunde im anmarsch wird gemacht ansatz ziel verloren ziel bestätigt hier das hier 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 und hier hier Aufhören! Gute Arbeit! Vornein! Feind immer noch aktiv! Wachsam bleiben! Da kommen sie! Ich bin getroffen! Das ist ja mal ein Sturm. Ihr Inhalt muss hochgeladen werden, bevor der Feind die Verschlüsselung knackt. Was? 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 Die Drohne? Ich dachte, da wäre jetzt was anderes. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein Charme zu hacken oder sowas. Die Hälfte ist geschafft. Sektoren im Auge bereit. Die Pferde ist произwissen oder ist nicht so ein Charme bis heute ein bisschen schlau. Es kann auch nicht immer schlau sein. Da kommen sie zu. Es wird sich nicht aufgeregt. Es wird auch keine Spannungsfläche. Wir haben einen Sieger, guter Erfolg Team. Wer läuft da? Achso, der gehört zu uns. Nach so weit ist es schon. Vorrücken! Ich bin gebrochen! Was hält denn diese Waffe hier aus? Das gibt es noch gar nicht. Hilfe ist unterwegs! Bewegung zur LZ! Das geht jetzt gar nicht mehr. Bei dem Sturmangriff? Oder habe ich die Taste kaputt gemacht? SS entdeckt! Tempo! Was war mir? Voll mit! Netter Schuss! Wer, wer, wer trifft mich hier? Sind alle da? Mission abgeschlossen! Ausgezeichnete Arbeit! Bonuspunkte! Sehr schön! Ja, wenn alle drin sind... Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass wir noch so viele Folgen jetzt machen können. Quasi nur als Outtake folgen. Äußerer Radsektor! 7% Bereitschaft der Galaxie! 1% für alle! Oh! Und wir sind immer noch am letzten Platz. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus bei uns? 100% äußerer Radsektor. Dann gehen wir nochmal ins Erdallianzgebiet. Ja, Rio ist doch ganz witzig gewesen. Da hatten wir ja einmal sogar Silber gemacht. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Oh, das war jetzt etwas früh, dass wir da reingegangen sind, glaube ich. So, letzte Runde für diese Folge, denke ich mal. Wir haben soeben ein wichtiges Ziel verloren. Sichern Sie diesen Bereich! Feindliche Kräfte im Anbruch! Verständiger! Schützen! Kontakt! Feuer einstellen! Schilder und... hoch! Ah! Warum ist das so ein komisches Wetter? Beim letzten Mal war das Wetter doch viel viel besser, als wir hier waren, eigentlich... Oder? Gab es schon immer so Kometen, die da runter fliegen und so? Das war's. Gute Arbeit, wachsam bleiben. Feind sammelt sich. Feind nähert sich. Feind sammelt sich. Feind sammelt sich. Feind sammelt sich. Das scheint mir doch hier... Eine ganz praktische Map scheint mir das hier zu sein. und da bin ich umgefallen praktisch habe ich schon gesagt das wollte ich gar nicht ich wollte hier alles gut gemacht der freund sammelt sich es ist keine drohne ich muss auch treffen wenn ich das da mache nicht so richtig treffend nein nur noch ein weiterer ja 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 das schreit sie denn so oh nein die maus ja 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 in der ja 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 Ich bin getroffen! Die Sensoren melden. Es ist nur noch ein Angriff. Einen hab ich. Feinde aufgeschrieben und geschossen. Feinde immer noch aktiv und wachsam bleiben. Feinde nähert sich. Mach ich! Vergrund! Vergun Jama! Hunter! Mach ich! Das war's für heute. Mission erfüllt. Wachsam bleiben. Feind sammelt sich. Da kommen sie. Mach ich. Feinde! Feind sammelt sich. Feind sammelt sich. Feinde ausgeschaltet. Gut geschossen. Achsam bleiben. Feind sammelt sich. Eine Spionage-Drohne wurde ausgeschaltet. Oh. Wo seid ihr denn alle? Die Hälfte? Feind sammelt sich. Ein paar Meter. Upload verstetigt. Daten vollständig erhalten. Gute Arbeit. Ach, dieses Geschützturm-Ding da wieder. Ich bin hier. Naja, hier wird so schnell, wenn jemand kommt. Wie kommt das denn? Komm. Ein schwerer Beschuss. Einsatz ziehen wir. Zähle nicht mehr gefangen. Das wollen alle. Gute Arbeit. Feind immer noch aktiv. Wachsam bleiben. Hey, sich tarnen ist gar keine schlechte Idee. Da kann man sogar an so einem... An so einem Geschütz kann man da sogar vorbeikommen. Schluss damit! Shuttle ist unterwegs. Steuern LZ an. Dieser Nebel. Kommt schon! Komm! 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 Wir sind gleich da! Ab zu LZ! Komm! Wir sind gleich da! Ach, hier ist das. Ich dachte schon, warum hat sie ein Schild? Ja, dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken, für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal, tschüss. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017